Nimm und Lies Winke fürs Bibellesen von Prelat D. Groß Nimm und Lies sprach einst eine Stimme zu Augustin, dem nachmaligen Kirchenvater, als er innerlich noch schwankend zwischen Heidentum und Christentum zu Mailand in einem Garten auf- und abging. Und er fand in einem Gartenhäuschen eine Bibel, nahm und glas und ward aus einem unglücklichen, innerlich friedlosen Menschen ein fröhliches Kind Gottes. Nun mach's auch so, mein lieber Mitchrist. Doch du fragst mich, was soll ich denn lesen? Das Buch ist groß und ich bin nicht sonderlich bewandert in der Bibel. Ei, nimm einmal das Evangelium nach Matthäus vor, die erste Schrift des Neuen Testaments, die uns die Geschichte von Jesus erzählt und mach dich mit ihm bekannt, denn er ist die Hauptperson in der Bibel. Aber da wirst du am Ende gleich bei den ersten Versen ungeduldig und denkst, was soll mir dieses Geschlechtsregister? Und im zweiten Kapitel findest du die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenlande mit dem Wunderstern von Bethlehem und da hat dir vielleicht einmal einer gesagt, das sei nur eine fromme Legende. Kommst du aber ans dritte Kapitel, so stößt du auf die Bußpredigt des Täufers Johannes und Bußpredigten sind schon gar nicht nach deinem Geschmack. Und auch die Versuchungsgeschichte im vierten Kapitel weckt in dir vielleicht allerlei Zweifel und Bedenken, also Hindernis auf Hindernis, so dass du wohl schon genug hast und im Begriff bist, das Buch beiseite zu legen. Lieber Freund, lass dir da gleich einen guten Rat geben. Wenn ein Goldgräber schon bei den ersten Spatenstichen der Sache überdrüssig wird, wird er schwerlich Gold finden. Aber Gold ist in der Menschenaugen etwas so Kostbares, dass sie sich die Mühe nicht verdrießen lassen, Tage und Wochen lang zu graben. Und du willst die Geduld verlieren nach der ersten Viertelstunde, wenn dir nicht gleich der Schatz entgegenschimmert, der in diesem heiligen Buche auch für dich enthalten ist? Würdest du weiterlesen, so kämst du im fünften Kapitel an die Bergpredigt. Und was geht's? Bei diesen Worten aus dem Munde Jesu findest du ganz gewiss mehr als eines, das dir das Herz warm macht. Du lernst etwas ahnen von der Geistesgröße Jesu und von der wunderbaren göttlichen Gabe, die er für uns hat, und zugleich von seiner Menschenfreundlichkeit, mit der er sie uns anbietet. Du fühlst dich aber gewiss auch innerlich gepackt von ernsten Gewissensfragen, vor die er stets seine Zuhörer gestellt hat. Und wenn dir da auf der einen Seite ein Licht aufginge über deine Mängel und Fehler und auf der anderen Seite durch Jesu Worte dir Gott in seiner Größe und Herrlichkeit vor die Seele trete, so stündest du schon unmittelbar vor der Frage aller Fragen. Wie kann ich, kleiner verkehrter Mensch, mit dem großen, ewigen Gott ins rechte Verhältnis kommen und den Weg zu ihm finden? Und sieh, das ist die Frage, auf die die Bibel dir Antwort geben will. Nun ist allerdings die Bibel ein vielangefochtenes Buch, zumal in unseren Tagen. Besonders das Alte Testament muss sich zur Zeit manchen scharfen Angriff gefallen lassen. Es sei ein Buch, in dem ein finsterer, gewalttätiger Gott gepredigt werde und alles nur auf die Erhebung der israelitischen Nation angelegt sei. Wer das behauptet, der hat entweder das Alte Testament noch nicht selber gelesen, sondern sich von anderen etwas vorsagen lassen, oder er nützt einzelne Stellen aus, um eben dem Kampf gegen das Alte Testament eine scheinbare Grundlage zu geben. In Wahrheit wird ein ernster und aufrichtiger Bibelleser auch im Alten Testament eine Offenbarung Gottes finden, die ihn mit Anbetung vor Gottes heiliger Majestät und vor seinem Herzen voll Liebe und Treue erfüllt. Es ist wahr, dass nicht überall im Alten Testament sich schon die Stufe der Gotteserkenntnis und der Auffassung von der Lebensaufgabe des Menschen findet, die uns Jesus gebracht hat. Aber wir haben eben in der Bibel einen Stufengang der Erziehung Gottes mit den Menschen vor uns, der an das natürlich Gegebene anknüpft und den Menschen aus dem Menschlichen emporführen will zum Göttlichen. Aber noch manche andere Einwendungen, nicht nur gegen das Alte Testament, sondern gegen die ganze Bibel überhaupt werden erhoben. Und diese Einwendungen sind allmählich weit ins Volk eingedrungen. Da möchte man ja denen, die in ihrem Vertrauen zur Bibel wankend geworden sind, zu Hilfe kommen und den anderen, die Misstrauen sehen wollen, die Wasser aus der Hand nehmen. Die Liebe dringt dazu. Und weil auch du, lieber Leser, den ich so stark zum Bibellesen aufgefordert habe, an diesen Einwendungen vielleicht schon stutzig geworden bist oder es noch einmal werden könntest, so möchte ich dir einiges an die Hand geben, dass dir das Vertrauen zur Bibel stärken soll. Gleich das erste Kapitel der Bibel ist für manche ein Stein des Anstoßes. Was hier über die Erschaffung der Welt zu lesen ist, sagt man, stimme nicht überein mit dem, was die moderne Naturwissenschaft lehrt. Diesem Einwand gegenüber möchte ich nur eines fragen. Was will denn dieses erste Kapitel der Bibel und der, der es geschrieben hat? Soll uns hier und überhaupt in der Bibel etwa ein naturkundlicher Unterricht gegeben werden, der die Wissenschaft der Mühe ein für allemal überhebt, den Geheimnissen der Natur nachzuforschen? Oder ist nicht vielmehr die Bibel und so auch dieses Kapitel dazu geschrieben, um uns die Augen zu öffnen für Gottes Herrlichkeit, Größe und Wundermacht und unsere Seele zur Anbetung, zum Lob und Preis Gottes zu erheben? Wird denn aber das Staunen und die Freude über Gottes Schöpferherrlichkeit etwa kleiner, wenn uns die fortschreitende Naturerkenntnis noch viel tiefere und weitere Blicke in Gottes Schaffen und Wirken tun lässt, als man es vor Alters erkannt und verstanden hat? Jenes Mannes Herz, der das erste Buch Mose Kapitel 1 geschrieben hat, war voll der Bewunderung und Freude über Gottes Schöpfungswerk in den allgemeinen Umrissen, wie sie damals dem Blick des Frommen erschlossen waren. Wer sich heute mit Ehrfurcht in das versenkt, was in viel umfassenderer Weise in dem redlichen Forschen in Gottes Schöpfung sich nach und nach zu erkennen gegeben hat, dem wird Gottes Schöpfung noch viel großartiger und wunderbarer sich darstellen und er wird sich erst recht zur Anbetung getrieben fühlen. Hängt denn unser Dank und unser Lobpreis Gottes an den Vorstellungen des Altertums? Wollen wir darum an der Bibel irre werden, weil man heute die Natur genauer kennt als vor Jahrtausenden? Ich meine, Gott hat uns die Bibel nicht dazu gegeben, um uns abschließend zu sagen, wie die Natur beschaffen sei, sondern dazu hat er uns sein Wort gegeben, dass wir ihn, unseren Gott erkennen, lieben und ihm Vertrauen lehren. Die Augen aber und den Verstand hat er dem Menschen gegeben, dass sie mit Fleiß und Sorgfalt betrachten und erforschen sollen, was sich in der Welt den Augen darbietet als sein Werk und immer tiefer in die Erkenntnis der Natur eindringen, soweit es ihnen Gott gelingen lässt. Im Übrigen sind die Stufen der Schöpfung in den großen Zügen, wie sie uns das erste Kapitel der Bibel vor Augen stellt, im Ganzen richtig erkannt und in einer Form vorgeführt, wie sie einem kindlichen Gemüt durchaus angemessen und fasslich ist. Die Wahrheit macht frei. Wenn es nicht frei macht, dann ist es der falsche Weg. Wer der Lüge Glauben schenkt, der verliert die Wahrheit und sein Leben. Sei wachsam und lass dich nicht verführen. Gehe den geraden Weg nicht zurück, wenn du zweifelst. Dein Rat ist wertvoller als Gold. Vielen Dank. Bestelle das Fiebelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fiebelzeit.de und